Seit 2009 gibt es das Young Scientists Programm an der Johannes Kepler Universität in Linz. Mit diesem Programm soll das Interesse von AHS-Oberstufen und BHS-Schülern für Technik und Naturwissenschaften geweckt werden. Es ist unglaublich wichtig, dass man rechtzeitig die jungen Menschen sensibilisiert, wie spannend ein Technikstudium werden kann. Da sind die Schulen wichtige Partner für die Kepler Universität und das Programm jetzt ist sozusagen ein Highlight, um junge Menschen an Technik heranzuführen. Ich bin ganz beeindruckt, wie viele Schülerinnen und Schüler der Einladung des Landes und der Kepler Universität gefolgt sind, um hier in Workshops mehr über Naturwissenschaften, über Informatik, über Mechatronik zu erfahren. Ich glaube, da werden einige hängen bleiben und hoffe sehr, dass sie dann auch bei uns an der technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät studieren. Mehr als 100 Schüler haben sich angemeldet, um in einem von sechs Fachbereichen, darunter Physik, Mathematik und Mechatronik, ihr Wissen zu erweitern. Ja, das ist cool. Und auch die Lehrer sehen teilweise, dass man super engagiert ist, indem man halt seine Freizeit opfert dafür, dass man sein Wissen nur erweitern kann. Am Kick-Off-Tag gab es eine erste Einführung und das Workshop-Programm wurde vorgestellt. In den nächsten Wochen lernen die Nachwuchsforscher unter fachkundiger Anleitung in diversen Workshops die Welt der Wissenschaft und Technik näher kennen. Also wir haben letztes Jahr einen Elektromotor gebaut, dann einen Mendocino-Motor haben wir gebaut. Über das Echolot-System haben wir einiges gelernt und einmal haben wir Stromkreise in so einem Steckteil gebastelt und es waren super Workshops. Rund ein Drittel der Teilnehmer sind Mädchen. Eine junge Dame ist besonders begeistert von dem Projekt. Sie nimmt bereits zum dritten Mal teil. In der Physik hat mir gefallen, dass wir die ganzen Geräte an der Uni verwenden dürfen, die ja sehr, sehr teuer sind, zu denen man natürlich normalerweise keinen Zutritt haben kann. In Mathematik hat mich am meisten interessiert, dass man alle Fragen stellen kann, dass man alles erklärt bekommt und zu ganz unterschiedlichen Bereichen der Mathematik, die man aus dem, was man in der Schule lernt, gar nicht kennt, Zutritt bekommt. Nach der Workshop-Phase wird es ernst für die Jungwissenschaftler. Im Sommer soll nämlich das erworbene Wissen bei einem Praktikum in einem der zahlreichen Partnerunternehmen in die Praxis umgesetzt werden.